Herr Vietz, was machen Sie denn da? Ich stelle gerade Hörgeräte ein, und zwar meine eigenen Hörgeräte. Wie Sie sehen, ich habe kein Kabel mehr an mir. Das läuft alles über eine Funkverbindung. Und ich stelle hier systematisch ein, was ich hören will und wie ich hören will. Und was ich für eine Funktion vom Hörgerät nutzen möchte. In dem Fall nutze ich gerne die Bluetooth-Verbindung zu meinem Telefon, dass ich darüber Musik höre, Hörbücher höre, die Navi nutze, all solche Sachen. Die kann ich direkt vom Telefon auf mein Hörgerät streamen, ohne dass Sie da irgendwelche Einbußen haben. Und zusätzlich hören kann ich auch. Wer sowas gerne mal ausprobieren möchte, kann gerne sich an mich wenden. Vietz Hörgeräte in der Hauptstraße 51 in Herzberg. Und telefonisch bin ich zu erreichen unter der Nummer 055 21 999 8430.